So hallo es geht weiter mit Tennis World Tour beim Halbfinale des Azteca Cups in Mexico so mein Ziel ist weiterhin mich zu qualifizieren für das Grand Slam Turnier das erste das heißt ich muss in der Rangliste mindestens Rang 35 sein und bin jetzt Rang 40 also machbar muss es auf jeden Fall sein so genau jetzt das Halbfinale dann hoffentlich auch Finale so wir haben wohl jetzt 10 interessant ok der lange Ballwechsel und bis jetzt bin ich dann noch bisschen im Hintertreffen komischerweise ich glaube schon dass wir wieder reinkommen hier so sieht das doch schon etwas besser aus schön so 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 nicht schlecht was der hier zeigt boah ich tue mich mal wieder schwer das war schon oft im ersten Satz so mich mal wieder so so Vielen Dank. Jetzt. Boah, wie der Zwischenballwechsel, das nervt mich. Ich muss ja mal schnell eure Punkte machen. Gibt's doch nicht. Nein! Halt! Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Boah, der macht Druck, ey. Was für eine... Scheiße. Was für ein Schuss. Richtig zu tun, ey. Mann, Mann, Mann. Was für ein Schuss. Yes. Ah. Schön. Jetzt lief's doch mal bedeuten besser hier. Schön. Schön. Superb. That was a perfect shot. Fifteen love. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Das war Glück gehabt, ey. Mann, Mann, Mann. Wie geht der denn hin? Oh. Oh. Verdammt. Wenn ich mich jetzt hier schon so schwer tue, brauche ich das Major tun hier überhaupt nicht. Ich hab's gefehlt. Und ich skipped Sarnation. Schön. War ich wieder so in der Defensive? Ich habe die Farbe immer gut rausgerettet. Ich habe es gerade nicht gepacken. Da geht die Bälle. Nein. Jetzt auch. Puh, 2-1. Langes Spiel, langes Spiel. Ja. 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 Oh. Wow, 15. Yeah. He's playing unconscious. Love? There he is. Hold. 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 Jetzt aber. Drei Match-Boiter jetzt, endlich. Okay. Okay. He got the job done. 3-1 Sieg. Ja, vom Ergebnis sieht es einfacher aus als es letztendlich war. Überraschend schwer getan wieder. Keine Ahnung, was da schon wieder los war. Aber gut. Sieg ist Sieg. Daffelaufstieg. Oh, Taktik freigeschalten. So, ja. Können wir uns nochmal verbessern. Auf R1 ein Angriff dazu. Und hier speichern. Wollte ich eigentlich nichts machen. Hier noch schnell schauen. Was hat man hier so schönes? Rhythmus. Profi. Die Präzision. Pufferregat. Zwei Ausdauer zu Beginn. Nein, der ist Punkt wieder erlangt. Klingt auch nicht schlecht. 5-5 Kraft-Bonus. 3% Kraft-Bonus zu Beginn war das Punkt der Bonus. 7% Kraft-Bonus. Wird bei Prägbar-Satzbauter Matchball ausgelöst. Ja, was nehmen wir jetzt bei Ausdauer, glaube ich, nehme ich dazu. Wo warten das jetzt? Wenn die auch so unter 50% ist. Obwohl oder lieber doch bei Kraft was nehmen. Ich nehme stark. Ah, nee. So, was hatte ich jetzt hier? Shit. Die Mierte Schläge hatte ich hier. Ach, ich bin blöd. So. Jetzt passt's. Jetzt kann's ins Finale gehen. Das Stadion ist in Anticipation von diesem Finale. Ich bin froh, dass ich vorher einen Kommentar machen werde. Ja. Jacob ist auf Platz 32 der Weltrangliste. Angriff 10. Boah, da bin ich ja gespannt. Boot. 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 Vielen Dank. Ganz gut ausgespielt. Vielen Dank. Ah. Das war ein guter Schlag. Das war Mist. Das war Mist. Das war ein guter Schlag. 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 Was war das denn? Das war ein guter Schlag. Das war ein guter Schlag. Ja. Das war ein guter Schlag. Das war ein guter Schlag. Vielen Dank. Das war ein wichtiger Punkt, ganz wichtig. Das war richtig knapp. Das war schon am letzten Start schon der Krieg. Nein! Das war genau zum blöden Zeitpunkt. Oh, scheiße. Der Schlag ist krass irgendwie. Weiß nicht. Ich krieg's nicht gebacken denn irgendwie. Das war der perfekte Schuss. Das war der perfekte Schuss. Jetzt muss ich nochmal hier alle Kräfte mobilisieren, konzentrieren. Konzentrieren. Okay. 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 nein was war das denn naja ich bin so gut wie verloren bei haushoch verloren alter das ist das war ein huge defeat ja auf jeden falle richtig kacke finale verloren ja ich muss ein outfit meinen dann so abergläubiger misst ja das läuft überhaupt nicht kalender dragon's trophy es kommen dann drei sternen turnieren her mal gucken das spiel hat auf jeden fall welcher platz bin ich in der rangliste ich bin schon 35 35 das heißt madrid ist freigeschalten das ist schön gut naja da kann man dann obwohl ich ja richtig scheiße gespielt habe das mädchen wohl spielen falls ich dann noch 30 können jetzt mache ich erst mal noch er ankündigt werden der ausrüstung gucken die per mutter schutz das ist das ist das ist aber hier auch Kontrolle minus 3 ach der ist Kontrolle hoch naja, das lassen wir jetzt mal so, mal gucken beim nächsten Spiel dann Trainer ist Level 5 gut, ok also, das nächste Turnier dann die Dragons Trophy und dann sieht es danach aus als wären wir dann beim Madrid Champions Classico dabei da bin ich ja dann gespannt ok, das war es erstmal bis zur nächsten Folge dann, tschüss